Hallekinds Grenze hat als kleine Kreislerei angefangen. Unsere Wurstsemmel waren bekannt. Das Wurstkäse-Szenario. Ja, Wurstkäse-Szenario. Gesunde Wurstsemmel. Wurstkäse-Szenario. Bei unserer Konzerte kommt es immer wieder vor, dass sie Leute sagen, es ist jetzt zu lustig. Und die fühlen sich total wohl dann und sagen, das Leben ist sehr schön, man kann uns heim wieder. Und dann ist das Leben wieder traurig, wenn wir nicht mehr da sind. Und dann lassen sie sich von jeder Männer an Frauen scheiden. Und wir sind irgendwie verantwortlich, deswegen machen wir es jetzt schon ein bisschen traurig. Und zwar ist das eine Song, die man nach uns war Schweiz-Tournee, die aus zwei Konzerten entstanden ist. Wir sind alle fünf große Verehrer von Skifahrer Heini-Hemi. Denn jetzt der 76 in Isenburg, die wollten wir in ihrem Riesensalum wohnen, oder? Super! Und vor allem verehren wir ihm, seine Eltern eigentlich diesen Namen gegeben haben, Heini-Hemi. Und sie haben so eine Folge-Palade gemacht für Heini-Hemi. Und sie heißt aber nicht und Monika Kasser, natürlich. Und das heißt jetzt aber nicht Palade für Heini-Hemi, sondern du, ja. Keine, ich bin immer noch... Fein! Heini! Heini! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018